Na, von Betroffenheit schon keine Spur mehr oder muss auch gar nicht, denn du wirst gleich wirklich feststellen, wie schnell es eigentlich funktionieren kann, dass du saubere, klare, einzelne Töne aus deinem Instrument herausholst. Dafür gibt es eine gängige Methode. Man nennt die Spiel mit spitzem Ansatz oder Lip Blocking. Mir gefällt das Lip Blocking eher als Spiel mit spitzem Ansatz. Das suggeriert mir immer so, als würde man die Lippen so weit nach vorne führen, so spitz nach vorne, sowas wie hüh, hüh, hüh. Das ist es letzten Endes eigentlich gar nicht. Ich würde mir vorstellen oder ich würde mir wünschen, dass du dir vorstellst beim Spielen, du würdest die Lippen so formen, als würdest du ein kleines O sprechen wollen oder als würdest du einen tiefen Ton pfeifen wollen. Das ist eine ganz gute Herangehensweise, ein kleines O zu formen, sowas wie O, O, O oder einen tiefen Ton zu pfeifen wie O, 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 O. Das kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nahe, was ich da zustande bringen muss mit meiner Lippenstellung, mit meiner Mundstellung. Wenn du es dir noch physischer beibringen möchtest, noch physischer vorstellen möchtest, naja, dann wäre vielleicht die Idee, dir vorzustellen, du ziehst an einem Strohhalm, an einem normalen Strohhalm zu ziehen oder zu pusten, das ginge. Oder aber du nimmst einfach mal den kleinen Finger, um dir wirklich das Gefühl zu geben, was da eigentlich passiert, was die Lippen fühlen müssen. Das wäre dann sowas wie... So, halt. Einfach mal probieren. Ja, wir sind hier ja unter uns, da kann man das ruhig schon mal austesten, das Ganze. Und jetzt geht es halt daran, die Stellung der Lippen auf dem Instrument wiederzufinden. Also wir hatten dieses kleine O, wir hatten diesen tiefen Ton pfeifen, den kleinen Finger, den Strohhalm. Und jetzt musst du versuchen, die richtige Stellung des Instrumentes im Mund zu finden. Das ist im Grunde genommen das, worum es geht. Mit dem Ansatz, den wir uns vorhin angehört haben, angeschaut haben. Der Ansatz, der sagt, die feuchten Innenseiten der Lippen liegen auf den Deckelplatten. Also sowas wie... Solltest du nun feststellen, dass das kein einzelner Ton ist, den du da spielst, sondern es ist eher klingt wie... So etwas, dann sind das Doppeltöne. So musst du versuchen, vielleicht einfach mal das Instrument nach links zu bewegen, nach rechts zu bewegen, nach unten zu kippen oder nach oben zu kippen. Je nachdem, was du denkst, was du im Gefühl hast, wo das Instrument vielleicht noch ein ganz klein wenig verändert werden kann in der Mundstellung. Darum geht es. Mein ganz, ganz heißer Tipp für eine gute Mundstellung wäre zum Beispiel, das ist dir vielleicht sogar schon aufgefallen, wäre zum Beispiel, dass du das Instrument immer so leicht nach oben kippst. Ja? Du siehst es hier in der Frontalen. Das Instrument zeigt leicht nach oben. Die Oberlippe liegt etwas weiter drüber, als die Unterlippe auf den Deckelplatten. Das teste mal aus, das probiere mal. So etwas wie... Das wird schon ein bisschen... Das wird schon dafür sorgen, dass dein Ton ein einzelner wird, ein klarer, sauberer, einzelner Ton. Du musst ein bisschen Geduld haben mit deiner Mundstellung, aber es geht immer darum, denk daran, die richtige Stellung des Instrumentes im Mund zu finden. Und da heißt es, ausprobieren und geduldig sein. Das ist es, ausprobieren und geduldig sein. Und da ist es, ausprobieren und geduldig sein. Das ist, ausprobieren und geduldigen. Vielen Dank.